Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig, dass irgendwie unter seinem Haus ein Schattenleger-Nest ist, ne? Mhm, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen da runter, weil... Oh, da liegt auch ne Tasche. Oh, da ist nix. Aber hier sind keine Kräuter drin, ne? Ich habe jetzt auf jeden Fall nichts entdeckt, tatsächlich. Von den Kräutern kann man auch keine... I am confused. Mhm, a little bit, a little bit. Küchenkram, super. Die Kräuter müssen ja hier sein, laut Navi. Ich hab's noch. Okay, warte bitte. Ich bin unten in der Scheißhöhle. Ja, am Anfang der Höhle ist das, wo die Tasche liegt. In der Zeit gucke ich mir mal ein Inventar. Ach, nice. Was denn? Man kommt nicht mehr raus aus der Höhle über den normalen Weg, glaube ich. Echt nicht? Selbst nicht mit, äh... Was war das? Oh, ja doch, ich hab's kraft. Hier lag der. Also hier der Sack. Na super. Komplett unscheinbar, alter. So, ich hab' ich mit anderen Kräuter gerichtet, aber es ist schon okay so. So, jetzt müssen wir wieder zu Yasir und da können wir auch direkt zwei Quests machen, weil, da können wir die Quest abschließen und bei einer anderen haben wir sowieso das Ziel, mit dem zu quatschen. Okay. Au. Ja, Lito. Au, ich bin gerade vor, dass ich gehalte habe, während ich gefallen bin. Aber warte, muss ich wieder reparieren? Das sieht nicht so aus. Weil ich tanke. Warte hier vorne auf dich. Ja, ich hab' gerade nochmal komplett aufgetan. Ja, let's go. Ja. We are on our way. Wie kommen wir denn da hin, alter? Weiß ich nicht. Oh. Was denn? Da ist eine Hülle. Ist ein Shop, nee, dann ist es das. Wir haben auch zwei Quests, wo wir diese, äh, den auch, äh, säubern müssen, ne? Hier ist es, hier ist es. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. Abwurf. Ich hab' mal vorführt. Ja. Ja. Zerteilt, Junge. Ich brauch' mal grad Hilfe, meine Waffen's down. Die. Da, warte, war grad grad' ein Befrag. Malalala. Schön, du. Ähm, abwurf. Sekunde. die sekunde alles gut weil ich hier ist eine truhe ich muss mein auto erst mal kriegst du mir da wo ist der typ dann nach oben ja und dann kann man ja mal zum abwurf alle ja warte ich muss mir noch die belohnung danke und alles mitnimmt egal so und jetzt wird zum abruf aber ich sitze doch drin so oh ja ich habe zwei überfahren ich glaube einer klebt noch in meiner Motorhaube quasi so wohin jetzt absolut ja sicher die Züge dürfen wir hoffentlich jetzt nicht mehr fahren was ist passiert ok hier kommen wir nicht weiter ich muss gleich mal ein paar die Züge ich muss gleich mal ein paar Ich bin fast da. Ich bin da, wo bist du? Oh, ja. Alter. Ich bugge mit meinem Buggy fest. Ne, oder? Doch. Scheiße. Du brauchst Hilfe? Kannst du mich holen? Ja, komm. Weil dann kann ich den Buggy einfach irgendwo später zurück rufen. Ja, ich komm. Ich wollen sie kommen. Ja. 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 Warte bei dem, ne? Du bist schon da? Ja. Ich hab gerade das Auto geparkt. Was ist los? Ja. 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 Warte. Das habt ihr doch gebraucht, oder? Es wird uns sehr helfen. Das mit deinem Freund tut mir leid. Danke. Aber zumindest wissen wir jetzt, was mit ihm passiert ist. Und es ist keine Schande auf diese Art zu sterben. Geil, Alter. Was das Auto alles kann. Ich bin jetzt ein Gläubiger. Wir sind jetzt Gläubiger. Ja. Ich find's geil. Was? Das Auto kann Minen legen, ne? Echt? Ja. Habe ich gerade gelernt. Wow. Dann muss ich da jetzt auch mal gucken. Ja, siehe. Was ist denn los? Was ist los hier? Alles schien in Ordnung zu sein. Und dann wurden die ersten krank. Ich hatte gehofft, du wüsstest etwas darüber. Tu ich aber nicht. Aber ich kann versuchen herauszufinden, was vor sich geht. Das werde ich. Gehren sie zur Pumpstation zurück. Ja. Ja, da ist Seuchenwasser, Alter. Klar, dass die alle krank werden. Ah, warte mal. Erstmal geh ich zum Händler. Ich habe drei Stufen für Fahrer. Wie, wie kann ich, was kann ich da jetzt machen? Ja, du kannst Sachen lernen. Zum Beispiel kannst du Herstellung von Level 2 Bauteilen lernen. Und ja, also Sachen halt. Ah. So. Nitro, ja, wird gekauft. Mähnend. Ja. Hey, Fahrzeug zurückrufen hat funktioniert. Belohnung für Gläubiger. Wie du bewiesen hast. Bist du überzeugt, das Richtige zu tun? Bald schon wirst du einer von uns sein. Ja, danke. Entwürfe. Nein. Ich hab's gehört. Wo bist du? Ich bin schon Pumpstation unterwegs. Ne, ne. Vor der Tür. Schau mich mit Managerleuten. So. Ah, wir können los. Ah, wir können los. Nein. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Oh, das ist ein hoher Berg. Oh, das ist ein hoher Berg. Ich will nicht mit dem Gangbang dabei sein. Verpisst euch. Was war das denn jetzt, Alter? Ich fühle mich grad leicht verarscht am Spiel. Oho. Der Typ stand schon. Ich klopfe auf den Boden und dann steht der Typ, liegt der plötzlich im Dreck und steht auf. Wow. Hm. Okay, Pumpstation ist zu. Und diese Kotzer wieder, ne? Blöden Viecher. Wo bist du? Draußen. Wow. Guck an, noch ein bisschen Stress hier. Ja. Was ist das? Ja. 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 Wow. Boah, wie viel Koks-Paket. Ja. Was geil wäre, wenn alle zum Überfahren werden, werden die Koks-Pakete automatisch eingesammelt. Oh ja, jetzt habe ich eine Idee. Pass mal auf. Oh nein. Alter, ich köpfe die ganzen Leute nur noch. Was ist hier los? Was hast du denn jetzt für eine Idee? Leute, in die kleine Schubsen hier. Hammerharte. Schade, dass man die Pakete hier nicht so gut sieht in dem hohen Gras. War der Kost gerade volle Kanne aus seinem Anzug raus, Alter. Das muss ja eine Seuchensuppe sein. Geil. Oh, hier ist ein Aids-Kasten. Okay, hier ist wieder ganz viel Loot. Ich spreche. Im G兩. Ich komme. Hallo, 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 genau, 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 genau. Waffen, oder? Spaß des Spiels, ey. Boah! Geht doch, Allah, das hat gerade vier von diesen Dietrichen gekostet, ne? Haha! Hinter diesen Spinten, ne, macht die auch alle leer. Ja. Alles schon offen. Na, da dachte ich mir so lange, wie ich gebraucht hab. So, mal ganz kurz. Mikrofon muted. Boah, was das für eine Seuchensuppe ist, die hier pumpen, ne? Mikrofon activated. Ah, ja. So. Wie zum Schnitzel kommen wir denn jetzt hier rein. Ich versuch grad den Weg übers Meer, aber da ist auch alles zu. Da hab ich auch schon geguckt. Oder müssen wir die irgendwie knacken. Ne, da funktioniert nix, ne? Mhm. Wow. Was hab ich aufgekriegt? Was hast du aufgekriegt? Was? Ich hab... Wow! Wow! Ne, hier kommen wir nicht weiter. Renntrophäe ist hier. Ganz sicher dafür schon gelohnt. Jetzt haben wir immer keine Zombie-Trophäen mehr, sondern ein Renntrophäen. Was? 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 Boah! Wie das aussieht, ey! Oh, schön! Hallo, Fässer. IBM ist kein Fass. Oh, nee. Oh, nee. Naja, die ganzen Leichen kann ich mir gut vorstellen, warum die Leute krank werden, wenn die nicht da trinken, wa? Naja. Oh. Gesundheit. Ja, ist jetzt ein bisschen Brand. Ich weiß, ich bin heiß, aber so muss mir das doch nicht zeigen, Alter. Hauptsache, Hauptsache nochmal drauf schießen, Alter. Oh mein Gott. Was ist hier los? Tu mir nicht weh. Ich ergebe mich. Was hat der für den Waffel? Schalt die Taschenlampe aus. Okay. Okay, Chef. Siehst du das? Ja. Ich hab diese Uniform schon mal gesehen. Bist du der Rest von Raiis' Gang? Wir? Ich weiß auch nicht. Sie haben mir nichts gesagt. Ich hab einfach mitgemacht. Lüg nicht, du Arschloch. Was macht ihr Dreckssäcke hier draußen? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Du weißt aber schon, dass ich kurz davor bin, dich umzubringen, oder? Okay. Okay. Ich rede ja schon. Ich weiß aber nur, dass der Boss einen Plan hatte. Den Wasservorrat vergiften. Alle ausrauben. Wir haben Leichen ran geschafft und ins Wasser geworfen. Jesus, ihr kranken Bastarde. Wer ist dein Boss? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Ich sagte doch, ich bin erst seit kurzem dabei. Ich wollte das nicht. Ich schwör's. Ach. Du bekommst nur Befehle. Mal sehen, was Jazir dazu zu sagen hat. Vielleicht wirst ihr ja in der Stimmung für Ausreden. Komm schon, Chef. Tu das nicht. Die werden mich lünchen. Ich werde nicht sterben. Nicht so. Hallo. Gib mir deine Waffe. Alles in 400er Waffe kannst du haben. Boah Junge. Inventar voll. Ich glaub, das geht's nicht richtig. Was geht da ab? Leitfähige Flüssigkeit wegwerfen. So. Junge. Was ein geiles Wester. Sieht aus wie meine Schwester. Was? So. Hier gibt's nichts mehr, wa? Aber wir sollen doch hier irgendwas tun. Ah, okay. Ja, siehe, ich bin bei der Pumpstation. Schick sofort ein paar Leute her. Und lass niemanden von dem Wasser trinken. Was ist passiert? Ein paar Banditen haben Leichen ins Wasser geworfen. Holt die Leichen da raus. Dann sollte das Wasser bald wieder sauber sein, okay? Geht klar. Danke. Wir kümmern uns so bald wie möglich darum. Hey, Überlebensrang. So. Jetzt will ich mal gucken. Boah, ist die Waffe geil. Wieso ist das so eine Billow Scheiß Waffe? Die sieht hammergeil aus. Ich will die Waffe ihn besser haben. Bist du noch da? Ja. Ich bin gerade ausgesehen auf dem Buchdienst gekommen. Aber wir haben jetzt zwei Stunden zehn. Ich würde tatsächlich jetzt gerne mal eine Essenspause machen. Ja. Und danach können wir dann weiter suchen. Sollen wir hier einfach ausmachen? Hier ist auch eine Safe Zone. Ja. Boah, Spider-Man. So, dann würde ich dann vorschlagen, mach mal hier mal Feierabend. Genau. Danke fürs Zuschauen. Haut rein Leute. Ciao. Ciao. Ciao.